Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Ein toter und neun Schwerverletzte bei Unfall mit autonom fahrendem Testfahrzeug. Schwerer Unfall in Baden-Württemberg. Ein autonom fahrendes Testauto gerät bei Römerstein in den Gegenverkehr und löst eine Kettenreaktion aus. Ein Mensch stirbt, mehrere werden schwer verletzt. Bei dem schweren Unfall mit einem toten und neun Schwerverletzten auf der B28 ist ein autonomes Testfahrzeug beteiligt gewesen. Ob das Fahrzeug von dem 43 Jahre alten Fahrer gelenkt wurde oder nicht, sei Gegenstand der Ermittlungen und derzeit nicht bekannt, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Die Unfallursache ist den Angaben nach weiter unklar. Der 43-Jährige war am Montagnachmittag mit dem autonom fahrenden E-Testfahrzeug bei Römerstein, Kreis Reutlingen, unterwegs. In einer Kurve kam das Auto aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein entgegenkommendes Auto. Die 70 Jahre alte Fahrerin stieß in der Folge mit ihrem Wagen frontal in das Auto eines 32-Jährigen. Das Auto des Mannes kam von der Fahrbahn ab und begann sofort zu brennen. Im weiteren Verlauf prallte der E-Testwagen zudem frontal in ein weiteres Auto. Der 32 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt durch den heftigen Aufprall tödliche Verletzungen.